Schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Patientenakademie digital, die erste Ausgabe in dieser digitalen Form. Und wir wollen heute sprechen über die periphere arterielle Verschlusskrankheit, auch Schaufensterkrankheit genannt. 4,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland darunter. Und Studien sagen, jährlich gibt es 500 bis 600 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Eine gefährliche Erkrankung, weil mit ihr auch ein hohes Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle verbunden ist und damit eine hohe Sterblichkeit. Ja, Schaufensterkrankheit, das ist das Thema. Und wir haben heute einen Experten hier, Herrn Ralf Koch, Chefarzt der Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie, Plebologie in den Asclepius-Hartzt-Liniken. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und ja, Schaufensterkrankheit klingt erstmal relativ harmlos, hat aber nichts mit Einkaufen zu tun. Und wir sagten, es kann gefährlich sein. Was genau geschieht dort? Schaufensterkrankheit ist der Begriff, der in der Gesellschaft eigentlich ziemlich verbreitet ist. Der soll deutlich machen, dass es sich um eine Erkrankung handelt, die dazu führt, dass der Patient immer mal wieder stehen bleiben muss und aus Schmerzen, aus einer Mangeldurchblutung heraus. Und die Gelegenheit, dies möglichst zu vertuschen oder in den Alltag einzubauen, besteht halt darin, dass man halt hier und da stehen bleibt, interessiert möglicherweise in Auslagen schaut. In dieser Zeit erholt sich der Körper, erholt sich die Durchblutung. Man ist wieder in der Lage, ein Stück weiter zu gehen, sodass man Menschen, die häufig vorm Schaufenster stehen bleiben, gleichsetzt mit denen, die eine Schaufenstererkrankung haben. Ah ja, klingt spannend. Ja, was sind die Symptome genau? Also die Symptome sind vielfältig, muss man sagen. Gerade, wo Sie ja darüber sprechen, dass das Herz betroffen sein kann, die Halsschlagadern können betroffen sein, die Eingeweideschlagadern. Und das, was uns tatsächlich im Alltag am meisten beschäftigt, ist die Durchblutung der Beine. Wir haben Kilometer von Gefäßen im Körper und bei der Durchblutungsstörung merken wir häufig zuerst Probleme in den Beinen. Das heißt also, wir haben Beschwerden beim Gehen. Wir haben nicht mehr die Fähigkeit, solche Strecken zu gehen oder solche Steigungen zu bewältigen. Die machen sich bemerkbar in Schmerzen in den Beinen, in Wadenschmerzen, in Oberschenkelschmerzen. Das sind häufig die ersten Stadien. Wenn es dann richtig zu einer starken, fortgeschrittenen Durchblutungsstörung kommt, dann treten möglicherweise auch Störungen der Wundheilung auf. Oder man beobachtet, dass an den Zehen insbesondere Veränderungen eintreten, die nicht wieder von alleine rückgängig zu machen sind. Dann ist wirklich angezeigt, ärztliche Hilfe einzuholen und das abzubilden. Da kommen wir später noch dazu. Vielleicht nochmal, welche Risikofaktoren gibt es? Welche Ursachen für die Krankheit? Die Wissenschaft hat uns da stark geholfen, weil wir in den letzten 50, 60 Jahren diese Risikofaktoren genau definieren konnten. Viele von denen sind uns schon seit langer Zeit bekannt, dass Rauchen schädigend ist, wissen wir. Wir wissen aber auch, dass der Bluthochdruck, der über Jahre wirken kann, ein schädigender Faktor ist, der leider nicht wehtut oder einen Schmerz verursacht, sondern nach 20, 30, 40 Jahren tatsächlich geschädigte Gefäße hinterlässt. Wir wissen, dass die Zuckererkrankung ein Motor ist für die Erkrankung. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte wissen wir, dass immer mehr Patienten auf uns zukommen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen werden. Genetische Einflüsse auch? Absolut richtig. Genauso wie die Genetik, also das, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Der Opa hatte einen Schlaganfall oder die Oma hatte Raucherbeine. Das sind Dinge, die werden tatsächlich vererbt. Man hat eine Neigung dazu. Und das andere ist, dass die Altersentwicklung natürlich eine Rolle spielt. Die Kombination aus Vererbung und Alter. Und wir schauen in unsere Gesellschaft und sehen, wir werden immer älter. Das ist natürlich der Entwicklung unserer Gesellschaft zu verdanken, aber damit haben viele Faktoren auch mehr Zeit zu wirken. Und wenn der Bluthochdruck, der Zucker 10, 20 Jahre länger wirken kann, weil wir älter werden, haben sie auch mehr Effekte durch diese Erkrankung. Nun ist ja nicht jeder Schmerz in der Wade, jeder Schmerz im Bein ausgerechnet gleich eine Vorbote für die Schaufensterkrankheit. Wie stellen Sie das genau fest? Mit welchen Hilfsmitteln? Also ich glaube, ganz wichtig ist, also weg von der Technik sozusagen, das ganz Banale und deshalb halt auch nicht in erster Linie der Besuch in einem Zentrum bei einem ausgewiesenen Spezialisten. Der Hausarzt wäre die erste Anlaufstelle. Der Hausarzt ist der, der einen am besten kennt, der zuhört im Idealfall und die Symptome, die man beschreibt, einordnen kann. Der Hausarzt kann unterscheiden, ob es vielleicht eine Thrombose ist oder ob es Wadenschmerzen sind aufgrund einer sportlichen Aktivität, ob es irgendeine andere Ursache hat. Das heißt, man hört dem Patienten zu und so wie der Patient das häufig schildert, ist schon eine Einordnung möglich und davon ausgehend kann man dann die nächsten Schritte treffen. Das heißt, es wird nicht jeder direkt ins CT gepackt oder operiert, sondern erst mal zuhören und dann schrittweise herausfinden, was ist die Ursache. Ja. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn? Ist die Schaufelzerkrankheit überhaupt heilbar? Das ist eine gute Frage. Heilbar, insofern würde ich sagen, dass für den Zeitraum oder für den Horizont, den der Patient überblickt, eine deutliche Verbesserung zu erreichen ist. Wir können sozusagen die Uhr zurückstellen. Die Mechanismen im Körper, die diese Gefäßerkrankung vorantreiben, die wirken häufig weiter. Wir können den Blutdruck behandeln, aber der ist meistens da. Wir können den Zucker behandeln, der ist aber trotzdem da und wird behandelt medikamentös oder durch andere Möglichkeiten. Das heißt, wir können häufig die Uhr zurückstellen oder wie man so schön sagt, auf die Bremse treten, was die Erkrankung angeht. Die Risikofaktoren wahrscheinlich vermindern? Das ist sicherlich das Erste und darum findet die Behandlung in erster Linie nicht in einem Krankenhaus statt, sondern die findet außerhalb statt, dass man nämlich dort im Zusammenspiel mit dem Hausarzt die Risikofaktoren erkennt und die Risikofaktoren behandelt. Kann er am Anfang auch mit Medikamenten was erreichen? Absolut. Und das ist, auch wenn ich jetzt als Gefäßmediziner natürlich gerne Patienten direkt behandle, aber einen Großteil unserer Patienten kann man sicherlich am Krankenhaus vorbeiführen, indem man halt den Blutdruck mit Medikamenten behandelt, wie gesagt. Die Zuckererkrankung, indem man möglicherweise mit dem Rauchen einen Weg findet sozusagen, einfach um diese Risikofaktoren einzudämmen. Das macht der Hausarzt in erster Linie oder der Spezialist draußen, der dann entsprechend begleiten kann. Aber tatsächlich, je früher man die Erkrankung erkennt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, rein durch Medikamente und durch eigenes Engagement die Erkrankung einzudämmen. Wenn wir mal weiterdenken, was sind denn die Folgen, wenn diese Krankheit nicht behandelt wird? Wenn wir bei den Beinen bleiben, die sind jetzt ein Beispiel, wie gesagt, ich sage Themen wie Schlaganfall oder Themen wie Durchblutungsstörung der Eingeweide. Wenn wir bei den Beinen bleiben, dann wird sich diese Einschränkung der Beweglichkeit fortsetzen. Das heißt, man wird irgendwann auch so eingeschränkt sein, dass der Weg vom Sofa zum Kühlschrank oder zur Toilette oder vom Bett häuslicherseits eine Herausforderung darstellt. Es kann sein, man stößt sich und es entsteht eine Wunde, die auf einmal nicht mehr heilen will. Und man sagt, ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe es nicht, es ist doch alles so wie immer. Das sind dann Dinge tatsächlich, die voranschreitend als Alarmzeichen gelten sollten. Man sollte in solchen Fällen sicherlich, wenn Zustände über drei, vier, fünf Wochen bleiben, ohne dass man eine Erklärung hat, sollte man Hilfe anfragen und das untersuchen lassen. Also sensibel das beobachten in jedem Fall. Welche neuen Verfahren gibt es denn? Medizin ist auch hier wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten doch erhebliche Wege gehören. Also wir sind weit weg davon, dass ich Ihnen die Pille präsentiere, die sozusagen die Gefäße reinigt und dann ist alles gut. Das werden wir leider nicht erleben und unsere Kinder wahrscheinlich auch nicht erleben. Aber die Medizin und die konservative Medizin hat Riesenfortschritte gemacht, tatsächlich durch die Medikamente, die zur Verfügung stehen, um die Erkrankung einzudämmen. Aber auf der gleichen Seite ist es halt auch der sozusagen invasiven, das heißt der Art und Weise, wie wir am Patienten direkt arbeiten, auf dieser Seite auch zu deutlichen Fortschritten gekommen. Jeder kennt den Ballon, den man aufbläst, ob man das am Herzen macht oder an den Gefäßen. Und diese Dinge, die jetzt schon 20, 30, 40 Jahre sozusagen etabliert sind, sind natürlich weiter verfeinert worden. Verfeinert. Ja. Entschuldigung. Verfeinert worden in der Form nicht nur wörtlich, dass die immer kleiner werden. Das heißt die Zugangswege nicht mehr große Schnitte sein müssen oder Vollnarkosen, Betäubung, sondern tatsächlich durch einen lokalen Stich gelangt man den Eingang in den Körper und kann dort wirklich nach heutigen Kenntnisstand wirklich fantastische Dinge korrigieren, bewerkstelligen, die wir uns vor 10, 15 Jahren noch nicht geträumt hätten. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Was machen Sie dort ganz genau für unsere Laien, wenn Sie mit Ballon, mit Katheter-Technik dort agieren? Wenn Sie sich vorstellen, die Gefäße verkalken. Das ist ein Rohr, wenn man es mal ganz plastisch nimmt, ein Rohr, was schrittweise sich verlegt. Es kann weniger Blut durchfließen. Das heißt, auf der anderen Seite kommt weniger Blut an, weniger Sauerstoff, weniger Nährstoffe. Das macht sich bemerkbar, unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, diese Engstelle müssen wir beseitigen. Früher war der Weg, diese Engstelle, wenn alle Medikamente versagt haben oder akute Situationen eintreten, schneiden. Das heißt, die Haut aufschneiden, das Gefäß aufschneiden, Betäubung, Wunden erzeugen. Und dann kann man nun seit einigen Jahrzehnten tatsächlich durch den Stich in das Rohr rein, so nenne ich es. Und man kann mit einem Ballon dieses Rohr weiten und diese Ablagerung quasi in die Wand pressen. Das sind Dinge, die sich etabliert haben, die auch gut funktionieren. Ja, die Ablagerung in die Wand pressen. Da gibt es aber auch schon, glaube ich, Fortschritte. Die Gefäßfräse, wo der Kalk dann rausgesaugt wird. Richtig. Das sind die Dinge, die unseren Alltag spannend machen, weil wir nicht irgendwas machen und dann 30 Jahre das machen, sondern quasi jedes Jahr kommt ein neues Instrument dazu, welches wir in Anwendung bringen und den Erfolg am Patienten sehen. Wir sind in der Lage, diesen Kalk, den wir dort im Gefäß finden, halt mittlerweile tatsächlich zu entfernen. Wenn das der Vorzug der offenen Operation ist, das heißt, wir schneiden auf und wir holen den Kalk raus mit dem ganzen Aufwand und Trauma, sind wir jetzt in der Lage, diesen Kalk aus dem Gefäß rauszufräsen, rauszuholen, tatsächlich physisch rauszuholen, außerhalb des Körpers zu sammeln und wir können das wiedereröffnete Gefäß dann sozusagen mit speziellen Ballonkathetern, die wir haben, die das Gefäß von innen mit einer Lattschicht versehen, die wiederum verhindert, dass neue Verkalkungen nachwachsen können, dass das Gefäß wieder enger wird und zuwächst, können wir das Gefäß mit diesen Möglichkeiten versehen. Das sind neue Methoden, neue Möglichkeiten, die halt in der Lage sind, uns an kranke Patienten heranzuwagen, die vielleicht sonst aufgrund des Alters und der Gebrechlichkeit ausscheiden für eine andere Therapie. Also Sie beschreiben das so spannend. Enorme Fortschritte gibt es dort schon in der Medizin, auch hier, um Patienten ihre Leiden zu mindern und ihnen konkret noch effektiver zu helfen. Also wir sind uns alle einig, dass natürlich unsere Lebenszeit begrenzt ist. Das ist so. Und unsere Aufgabe ist jetzt nicht immer unbedingt sozusagen um jeden Preis etwas technisch zu erreichen, sondern wir müssen den Patienten angucken. Wir müssen vor allem, und das ist das Vordringlichste, die Lebensqualität und die Lebensumstände von Patienten sehen. Aber da ist es halt gerade durch solche Möglichkeiten, die wir haben, ist es uns jetzt möglich, dass wir Patienten, die ausgeschlossen werden für eine Behandlung, weil man sagt, das ist zu riskant oder das ist zu gefährlich oder der Patient wacht durch die Narkose nicht mehr auf. All diese Sorgeängste, dass wir solchen Patienten jetzt auch Optionen anbieten können, auf kleinem Wege deren Lebensqualität zu verbessern. Aber die OP sozusagen nur als, wie auch sonst, nur als letztes Mittel. Beschreiben Sie doch nochmal die verschiedenen Stadien dieser Krankheit. Und oft kann man eine OP vermeiden. Ist das so? Oder wie würden Sie das einschätzen? Genau. Wir wollen ja nicht alles schwarzmalen. Es ist richtig, die Erkrankung hat verschiedene Stadien. Bleiben wir bei dem Rohr. Es ist ja so, dass das Rohr Veränderungen zeigen kann, die Gefäße, ohne dass man das merkt. Und dieses Stadion kennen wir auch. Das heißt, wir sehen zwar Verkalkung, aber der Patient merkt das gar nicht. Er hat keinerlei Beeinträchtigung. Wenn man das feststellt, ist aber genau das der Zeitpunkt zu starten. Nämlich mit all den Möglichkeiten, die man hat. Konservativ, Medikamente. Aber halt auch, dass man seine eigene Lebensweise überdenkt und sagt, was kann ich selbst machen, um für meine Durchblutung was zu tun? Welche Gifte führe ich meinem Körper zu? Und inwieweit sind diese Themen Ernährung und Bewegung vielleicht bei mir noch nicht an oberster Stelle? Oder was kann ich tun, weil ich weiß, dass diese Faktoren tatsächlich für meine Gefäße gut sind? Also das ist im Grunde eher Rat, so verstehe ich es an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, selber sozusagen seine eigene Lebensführung anzuschauen, zu schauen, wo kann man Risikofaktoren mindern und einfach mehr spazieren zu gehen vielleicht. Das ist sicherlich hervorragend. Wir stellen uns als Ärzte nicht hin, heben den Finger und sagen, so, das müssen sie machen. Also Ärzte sind auch Menschen, da sind wir, glaube ich, ganz ehrlich und offen. Nein, aber wir wollen ja den Patienten Möglichkeiten an die Hand geben, weil die Frage ist ja auch ganz oft die, wenn eine Operation stattgefunden hat im Gespräch und weil die meisten Patienten ja wach sind. Wir reden mit denen, weil die keine Narkose brauchen. Es gibt einen direkten Kontakt zwischen Patient und dem Arzt. Was kann ich denn jetzt tun, damit das nicht wieder passiert? Oder warum passiert mir das? Wie ist das denn? Und dann sind es wirklich ganz einfache Dinge, nämlich die Aufklärung des Patienten und die Vermittlung dieser relativ einfachen Dinge, sagt man. Also wie gesagt, Ernährung, Bewegung, welche Gifte führe ich meinem Körper zu? Das sind Dinge, von denen wir wissen, wissenschaftlich erwiesen, dass die die Lebensqualität, die Lebensdauer verlängern können. Nicht unbedingt diese Fräse in letzter Konsequenz. Die hilft uns. Das ist ein Hilfsmittel in ausgewählten Fällen. Aber die große Menge der Verbesserung erreichen wir durch diese einfachen Dinge. Ja. Vielen Dank, Herr Koch, für diese interessanten Ausführungen. Schaufensterkrankheit, eine Krankheit, die man in jedem Fall ernst nehmen sollte und bei der man einiges tun kann, auch wie wir jetzt gehört haben, selber, indem man seine Lebensführung ändert, Risikofaktoren mindert. Das sollten wir vielleicht mitnehmen. Vielen Dank für das nette Gespräch und wenn es noch gefallen hat, Patientenakademie Digital bald wieder im Studio Arztlinien. Vielen Dank.